Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Emma Maustache, Rubloch und Co. Heute spielen wir mal wieder eine Obi und zwar eine Gym-Obi und ja, hier habe ich schon öfters gespielt und ja, hier muss man erstmal über solche, ja, solche Dinger rüber und hier sind dann so Leute, die machen gerade Fitness. So, hier geht es über Schokolade rüber und wenn man stirbt, kommt man halt immer wieder zum letzten Checkpoint. Das ist halt mega cool, also es ist kein Tower of Hell oder Fury of Hell, den gibt es ja auch noch. Auch wenn wir den mal spielen sollen, bleibt es in die Kommentare und ja, dann machen wir es auch mal und der hat hier so einen riesen, oh, Riegel oder Automaten in der Hand, das weiß ich gar nicht so genau. Dann müssen wir hier rüber über diese Dinger da, genau, ich spiele auch gerade wieder am Controller, weil mir das mehr Spaß macht. Dann müssen wir jetzt hier über diese dünnen Dinger, das könnten so Schwebebalken sein oder so. Okay, jetzt haben wir das auch geschafft, jetzt sind wir schon bei Stage 5, mega cool. Jetzt müssen wir hier hoch und die Leitern hochklettern, also diese Sprossenwände, das ist auch leicht. Diese Obi ist ganz generell sehr, sehr leicht, das finde ich halt mega cool, dann kann man die mal schnell eben machen. Und ja, die spiele ich auch sehr, oh mein Gott, sehr, sehr gerne. Genau, und die Checkpoints sehen hier auch sehr lustig aus. Okay, jetzt müssen wir hier hoch und dann müssen wir hier durch und dürfen diese Dinger nicht berühren. Okay, dann müssen wir hier auf diese Klötze da, okay, das geht auch. Jetzt dürfen wir hier diese Sitzsäcke nicht berühren, das ist etwa, also diese Sitzsäcke, ich meine diese Boxsäcke. Okay, das war auch schon die nächste Stage, die ist sehr leicht und jetzt müssen wir hier auf diese einzelnen abgebrochenen Teile von, oh nein, wir sind gestorben, von dem, von diesem Boden. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder auf diesem Stein. Okay, hier bin ich wieder und jetzt habe ich es geschafft und jetzt frisst der uns, okay. Jetzt sind wir schon bei Stage 11 und jetzt sind wir im Mund von dem. Sieht sehr gruselig aus, vor allem hat er gelbe Zähne. Okay, jetzt müssen wir hier rüber, so, das geht auch. Okay, jetzt dürfen wir hier diese grüne Grütze nicht berühren und ja, das ging auch, also das ist eine sehr leichte Obi. Okay, das hier wird jetzt mal ein bisschen schwieriger. Sie bewegen sich, also sie gehen so hoch und runter und man darf sie dann eben nicht berühren, aber das schaffen wir doch. So, oh Gott, oh Gott, okay, jetzt haben wir es geschafft, mega cool. Wenn ihr noch Obi-Vorschläge habt, schreibt sie mir doch gerne unten in die Kommentare und vielleicht werde ich dann die Obi auch mal spielen. Okay, jetzt kommen wir hier, glaube ich, zu dem schwersten Teil an dieser Obi, dieses Fließband, okay. Das kriegen wir doch hin. Yay, okay, gleich beim ersten Mal geschafft, mega cool. Okay, und jetzt sind wir, glaube ich, in der Toilette, oh ja, sorry about that. Ja, ja, okay, jetzt sind wir in der Männertoilette. No excuses, let's get swimming. Okay, jetzt müssen wir schwimmen und jetzt sind wir hier bei den Duschen. Wir dürfen hier das Wasser nicht berühren, komisch, ich dachte, man sollte sich abduschen. Jetzt müssen wir hier über diese Floaties. Die sind, das letzte ist ein bisschen weit weg, also der lila nur zum grünen. Hier sind dann auch noch weitere Schwimmreifen, die sind mega cool, da kann man einfach durch. Ja, jetzt geht's hier hoch, diesen Feuerwehrschacht, dann leg ich den einfach mal. Okay, und jetzt hier diese Rutsche runter. Uh, Hilfe, okay, hier darf noch das Wasser berühren, aber es packt ein bisschen. Okay, wie auch immer, auf alle Fälle muss man jetzt hier runter und muss hier jetzt wieder auf den Checkpoint. Und jetzt kommt hier Hürdenlauf, das schaffen wir doch auch. Hoch, okay, ja, das ging auch. Und jetzt kommen wir zum Weitsprung, okay. Wenn wir über die Linie laufen, ab auf den Checkpoint. Okay, das ging doch an sich auch. Und jetzt noch hier diese lange Leiter hoch und wir haben die Obi auch fast schon geschafft. Mega, mega cool. So, hier ist jetzt so ein Hubschrauber. Get in the Helicopter, it's time to go skydiving. Okay, so, wir sind jetzt hier drinnen in dem Helikopter und jetzt brauchen wir hier einmal diesen Glider und dann auf die 1. Und dann haben wir den und jetzt müssen wir springen. Und dann fällt man immer weiter und dann kann man eben wieder raus und so weiter und so fort. So, dass man halt sicher auf diese Insel kommt. Und kommt ganz langsam runter. So, machen wir es mal. Safety first. Okay. Hier unten, mega cool. Huch, und ja, jetzt haben wir es auch geschafft. Und jetzt noch auf den letzten Checkpoint. Und jetzt können wir uns hier dieses Abzeichen holen. You win. Und ja, man kann sich hier auch schnelleres Laufen holen. Und bitte nicht in eine andere Obi reinrennen. Und höheres springen. Das ist auf alle Fälle mega cool. Jetzt kann man hier von Haus zu Haus springen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.